Diese Eskimon-Wärmeflaschen sind ein Qualitätserzeugnis Made in Germany am Flaschenhals fugenlos verarbeitet mit größerer Verschlusseröffnung für mehr Sicherheit beim Befehlen geschlussneutral und rezinslebar. Das Material entspricht höchstens Qualitätsanforderungen und ist gegen jede Wassertemperatur beständig, dampfstilisierbar im Klinikbereich, tiefgebrieft und britisch standard, normgerecht. Das ist alles. Was noch? Anwendung? Nein. Nur drei Viertel befehlen Luft vor dem Schließen entweichen lassen. Verschluss ausreichend festzudrehen, die Lamellenseite ist für gedämpfte Wärme, die glatte Seite ist intensive Wärme. Der Bezug ist abnehmbar und kann entsprechend dem Textilkennzeichnungsetikett gewaschen werden. Achtung! Aus Sicherheitsgründen kein Kochen, heißes Wasser verwenden. Nicht im Mikrowellenherd erhitzen. Bei Gebrauch für Kinder wird Aufsicht durch Erwachsene empfohlen. Untertitelung im Übrigenminute Wirkliches